Aber geil Level. Oh, oh, spring! Das ist ne gemeine Stelle, aber die haben das so geil ausgetüftelt. In der Biene? Mhm. Ich finde das so, wenn so Stellen so haarscharf sind. Finde ich das am geilsten. Jetzt fahr gleich mit dem mit, glaub mir. Glaub mir einmal, das ist, äh... Du musst aufpassen, weil dein Fest... Richtig. Findet die Munze? Findet die Munze? Turbo Level! Turbo Level! Das wäre nicht schlimm. Ne. Aber das ist nicht schlimm. Nur du bist dann dahinter, siehste... Wo diese gemeine Stelle ist... No, danshhh! Das ist auch gemein! Eine verrückt auf jeden Fall! Iiiii! Du Idiot! du wärst fertig gewesen es ist so ein reflex fast zerstören fliegen oder weiter definitiv das bleibt nicht aus das kostet mir zwei münzes werden das ist ja das ist halt sieht aus der welt ist das tag ab also kommt dann hättest jetzt immer zwei gehabt ich muss halt es kaum dass wir das denn noch mal habe ich keinen bock drauf das mit ja dann habe ich schon kein bock alle der so schnell der wichser das wäre was gewesen ich lass alles aus alles zu vermeiden wo die ente die ente das ist gebracht ja das ist normal mindestens ich habe kein bock welche tasten sind die kreisel die kreise die kreise dieses treffen naja da bin ich kurz hier zu laden die will eingestellt Arme Junge. Und dann rauscht das. Jetzt gehts doch wieder. Ja, jetzt ja. Nächstes Mal springt's doch vorbei. Ja. Wie. Absturz. Tschüss. Schade. Am besten vorbei. Dies Level spiele ich mal mit Vorsicht. Melk ich schon. Du hast ein O. Wusstest du das schon? Du? Bist ein N. Ich will kein N. Haha. Das ist noch nix. Schade. Sag mir niemals, dass da nix ist. Schade. Haha. Das ist ein netter Affe. Das wär jetzt was gewesen. Wenn du abgestürzt wärst. Ach. Dann hab ich gelacht. Durch auch so. Also. Ja, das war mir klar. Dass du das jetzt oben hast. Oh mein Gott. Hiiii. Einfach runterspringen ihm. Deine Mutter. Die spielt sowas nicht. Kommt das jetzt? Ah, ihr Ficker. Oh. Ja, wenn man auch auf die drauf springen kann. Und sie dann so töten kann. Das ist egal. Ja, dann mach du noch einmal. Ah. Du Volltreffer. Du Fotze. Hüpfen. 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 Hüpfen oder reinfahren. Hüpf die Wand an. Eilig heißt das scheiß die Wand an. Ong. Ong. Was on? On. 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 Fack. Tot. Fack ist das nicht. Du bist Fack. Nee. Ich bin Twink, Trick und Drack. Fick die, die. Fick die, die. Ach komm. Stell's dir jetzt aber an. Hüpf. Oder abstürzen. Hüpf oder abstürzen. Hüpf oder abstürzen. Abstürzen. Hüpf. Hüpf. Was ist das für geil dieses Level? Fick die, die Sack. Rüttlüttlüttl. Hey, er hat's geschooa riaaaft! Er hat's gecrafted... Er hat's gecrafted? Du hättest einfach runterfallen sollen. Nö... Hüpf! TOT! Halt an den Maul! das ist doch nicht was bananen von der mütze und leben und leben das die dann die die ich bin ein schöner junge du bist ein süges mädchen am besten musst du das netz unter den arsch mit einmal verschwinden das war auch ein glück, dass du nicht mehr kommen musst oh ja aber ich wäre ja nicht ich wenn ich nicht ich wäre ich finde das so schade dass man nicht so was mitnehmen kann weißt du so ein fast tragen oder so von mir klack hier geht die kläck 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 ja vielleicht schützt wieder wäre schön wenn du wieder schützt alter am besten reinspringen summ sie die komm schnell 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 verbrauchst kannst du abstehst wie gesagt alter das nützt das verschwindet nö das war ja jetzt gemein WTF alter ich wollte grad springen ja aha ist da was ja ich weiß es ja wohl egal was er beschaffen ist na ganz vorsichtig jetzt ah die kugel hefe hefe kugel kugel naja auch gut ja so ist das nun mal da ja ich fühle mich so quer du Arsch das war jetzt fail oder ne ne das war fail ja finde ich auch das war das war was kann denn jetzt nochmal ne 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 ne